Ah, hier! This is a damn fine Opel. One of a kind. I bet it came from one of those old noble houses. Am I right? Never mind. It ain't my business how you came to have it. Ah, ich stehe auf dem riesigen, ekligen Krabbevieh. Egal. So, äh, okay. Sie wollen mit mir raiden? Oh, was für Frame-Einbrüche. Duh. Du beher windspunkst. Musik von einer alten Abölkerung' durch, wenn sie fliege. Von einem Filter wurde zu sanitarn, und sie hat uns gemütlichordu. Und die filmade aus dem Wetter wo ich um hatte quiere, & die Put köpfliste zu reduzieren. Sehne ich, ne? Sie taxi bis zum Schrauben zur Welt? Ich will nicht umsenseite ein, oder wieFire. Aber wie ist Art Moskover International? Ich mag das aber gar nicht. Komm, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Aber... ...nehm, ich brauche etwas wie mir zu patrolen. Otherwise, in der Orang-Settung. Egal. Okay, ich bitte, dass er sich bitte nicht umdrehen mag. Hä? Ist das der richtige Ort? Nee, Terses Hof ist dort hinten. Oh, wie geil! An dem komme ich ja gar nicht vorbei! Außer... Na, tut mir leid, du stehst da ein bisschen zu ungünstig. Was? Tut mir leid... Ah, Kumpel, ich wollte dich eigentlich nicht umbringen, aber... Ja, okay, nee, gut, der ist ja eigentlich nicht cool. Der ist nur K.O. So. Sorry, du standest mir im Weg. Oh, fuck. 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 Abgesperrtes Gebiet. Anordnung der Startwache. Keine Rückfragen, keine... Jede Zuwiderhandlung wird verfolgt. Sei mit mir, sei mit mir. Dankeschön. So... Hä? Ach, da komm ich gar nicht hin, oder? Aus der Weg, ich bin ein beschäftiger Mann. Ich... Ich... Ich checke jetzt gerade... ...Caudrons Rüstkammer. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Ich bin jetzt irgendwie total verwirrt. Ne, da kann ich nicht rein. Oder vielleicht doch? Ach, ich weiß doch nicht. Glockenturm von Stone Market. Was mache ich hier? Ich wollte irgendwie da hin und nicht da hin. Och, man. Sag bloß, ich habe den jetzt umsonst ausgeschaltet. Toll, jetzt darf ich mich noch am anderen vorbeischleichen, was? Ah, ne. Das bin hier gar nicht ich. Dann ist hier gut. Wo muss ich denn langen? Wo muss ich denn dann langen? Hallo, Handsome! Ah, ne. Ich... Ja, ich glaube... Ja, ich glaube, ich habe den Ort gefunden. Ich... Es hieß doch irgendwas von Stone Market Blas, also... Bin ich auf der richtigen Spur? Auch wenn der Typ dort vorne vielleicht etwas nervenserieren könnte. ... Ne, jetzt bin ich hier. Äh, das ist der Weg hier. Ja, da gehe ich hier außen rum. Das glaube ich am schlaussen. Lalalala... Lalalala... Und die... Und die... Legs regen mich... Oh. Ey, bleib... Hey, bleib... Ey, wie... 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 Wie titelst du mich hier? Zum Südviertel... Äh... Ja. Ah, ne, hier. Taverne... Ah, ne, dann bin ich... Hä, ich bin von dort gekommen? What? Treffen sie sich mit den Hütern im Terraceshof, im Stone Market, ha? Also ich bin jetzt leicht verwirrt, ich bin ja anscheinend von dort gekommen. Aber es ist nichts passiert. Das ist schön. Und bescheuert. Ja, muss ich hier hin, oder was? Boah, gerade so noch. Oh, fuck. Nein. Ah, ne, der ist mit mir, oder? Ja. Hallo. Hallo. Hä? Lauf ich hier den richtigen Weg, oder? Bin ich hier einfach nur komplett falsch? Oh, toll. Jetzt weiß ich nicht, ob das in der Stadtwache ist, oder nicht. Ich fühle mich ein bisschen schrecklich heute Nacht. Mehr als ein bisschen schrecklich. Wenn jemand mir gerade sieht, dass ich mich lustig bin, wird es ein bisschen schrecklich sein. Was ist das?